Julian von Maus, du hast den Vertrag vom FCB bis 2023 verlängert. Was bedeutet dir die Unterschrift? Ja, es bedeutet mir sicher sehr sehr viel. Für mich ist der FC Basel immer noch der grösste Klub in der Schweiz. Und es macht mich immer stolz, wenn ich die rot-blauen Farben tragen kann. Was hat für den Ausschlag gegeben, längerfristig hier beim FCB zu unterschreiben? Ja, sicher. Ich finde den ganzen Staff, wir sind als Team sehr gut aufgestellt, wir haben einen super Kader. Und natürlich, wir wollen alle wieder zusammen Erfolg feiern. Du hast bis zum Sommer beim FC Wild gespielt, auch schon unter dem Ciriacos Forza. Was hast du dort gelernt, wie hast du dich weiterentwickelt? Ja, ich konnte sicher viel lernen. Ich glaube, ich habe körperlichen Sprung gemacht und auch viel von Ciriacos Forza lernen können. Ich glaube, es war ein sehr grosser Spieler und das versucht er vor allem an den jungen Spieler zu mitgeben. Natürlich auch den erfahrenen Gittertipps und das hat mir sicher sehr geholfen. Was sind deine persönlichen Ziele hier im FCB und wie sehst du deine Rolle in der Mannschaft? Ja, natürlich. Ich bin jetzt zurückgekommen nach der Laie. Ich komme immer besser ins Team hinein. Und natürlich erhoffe ich mir auch Spielzeit, aber im Vordergrund steht auf jeden Fall das Team. Und dass wir weiter Erfolg feiern und eine gute Saison haben können. Dankeschön vielmals Julian und alles Gute für die Zukunft. Danke. 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 Danke.